Seid gegrüßt Gaming-Freunde für eine weitere Folge von Assassin's Creed Unity. Hier ist euer Don. Willkommen liebe Gaming-Freunde für ein weiteres Nostrotromos-Rätsel. Hier ist er wieder. Rund damit hier. Verschuldet! Aber das hier doch nicht schwerer zu sein muss. Gib mir eine Macht! Nein, Herr Ruiz ist auch schon. Oh, oh! Ich habe gehört, du interessierst dich jetzt für die Polizei. Was ist es diesmal? Merci. Oh, oui, merci. Hey, hey, hör auf, oder ich segne dir meine Beine ab. Hey, doucement, est-ce de demeuré? Ah, ja, 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 ja. Ja, das ist das, was ich brauche mit dir ziehen. Ja, das ist das, was ich brauche mit dir. 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 Ich brauche mit dir. Ich brauche mit dir. Das ist das, was ich brauche mit dir. Und das ist das, was ich brauche mit dir. 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 Das ist das, was ich brauche mit dir.